Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Jurassic World Teil 2 Fallen Kingdom von Juan Antonio Bayona. Man hat die eigentlich nicht besonders gute Jurassic Park Reihe nun komplett in ein B-Movie verwandelt. Das ist eine gute Idee. Der Stoff kommt jetzt eigentlich ganz zu sich selbst. Jurassic World 2 ist nicht nur ein Dinosaurier-Abenteuer, sondern auch ein Horrorfilm, der in gewisser Weise an alte Universal-Produktionen erinnert. Und dieser Film ist auch ein Gentechnik-Thriller. Dieses Genre-Hybrid schafft es, die brisanten Fragen unserer Gegenwart zu erörtern. Form und Inhalt kommen hier zusammen. Wir haben es nicht nur mit einem Hybrid zu tun, was das Genre anbelangt, sondern auch die Dinos sind ja, wenn man so will, Hybride. Es ist ja meist der Trash, der etwas bloßlegen kann. Die noch verbliebenen Dinosaurier, so erfahren wir, sind wegen eines Vulkanausbruchs bedroht. Der Staat will die Dinos aber nicht retten. Man hat jetzt genug in die Natur eingegriffen. Es ist jetzt endlich Schluss und man hat die Gelegenheit, dass die Dinosaurier jetzt wieder von der Erde verschwinden. Das aber passt nicht allen, vor allem denen nicht, die ja diese Dinosaurier einst erschaffen haben. Das ist das Grundthema des Films. Sollte es Grenzen geben oder nicht, darf man nur, weil alles möglich ist, auch alles möglich machen. Das Problem an Steven Spielberg Filmen wie Jurassic Park ist ja immer, dass Spielberg nicht nur konventionelle Filme dreht, er denkt auch konventionell. Zwar greift er in seinen Filmen die großen Diskurse der Gegenwart auf. Virtual Reality in Ready Player One, Künstliche Intelligenz in AI, Gentechnik in Jurassic Park. Aber er liefert dann doch auf die brisanten Fragen nur plumpe Antworten. Ich habe das in meinem Video zu Jurassic World schon einmal deutlich gemacht, dass Spielberg immer wieder versucht, mit dem Familienkitsch sich aus dem Diskurs zu retten. Spielberg vertritt einen falschen Wertkonservatismus, der sich formal mit seiner Bildsprache deckt, der aber die eigentliche Brisanz versucht zu umgehen. Paradigmatisch ist da ein Film wie AI. Eigentlich geht es um Künstliche Intelligenz, doch man stattet diese Künstliche Intelligenz mit einem Kindergesicht aus. Alle finden das Kindergesicht süß und da stellt sich dann eine Frage, die eine rhetorische ist. Wer wird dann etwas gegen so ein süßes Kind haben? Er spricht das Gefühl an dieser Film, aber vermeidet so ethisches Denken. Kinder haben in Hollywood ja ohnehin einen Sonderstatus. Sie sind lieb und rein, mit ihnen evoziert man Gefühle. Doch wenn es um die Verbindung von Genetik und Künstliche Intelligenz geht, dann sind das eigentlich falsche Gefühle. Spielbergs Vorgehen ist typisch für unsere heutige Debattenkultur. Wenn es zum Beispiel um Leihmutterschaft geht. Wir erinnern uns daran, als die Modemacher Deutsche und Gabana Schwule dafür kritisierten, dass sie auf Leihmütter zurückgreifen, statt einfach die natürlichen Grenzen zu akzeptieren, hielt sofort jemand wie Elton John sein per Leihmutter ausgetragenes Kind in die Höhe und sagte, wer wird denn was gegen so ein Kinderlächeln haben? Das ist eine Immunisierungsstrategie. Das Kind, das ja tatsächlich nichts für seine Herkunft kann, wird als Schutzschild missbraucht, um die Debatte über Ethik und Grenzen im Keim zu ersticken. Wir finden das immer wieder. Ein B-Movie wie Jurassic World 2 stürzt sich viel unerschrockener in den Diskurs. Moral spielt ja erstmal gar nicht so eine große Rolle, beziehungsweise diese Moral wird immer wieder als Doppelmoral entlarvt. Gerade weil es ja um das Spektakuläre geht, assoziiert der Film wild die Gefahren, die mit der Gentechnik verbunden sind. Hier wird nicht gemenschelt. Wir kommen nicht umhin, jetzt auch zu spoilern. Nicht nur wurden die Dinos zum Leben erweckt, so erfahren wir. Nach derselben Methode wurde auch ein Kind reproduziert, das heißt geklont. Es wurde ein Familienidöl geschaffen, das eigentlich nicht mehr da war. Es ist klug, diese beiden Dinge, das geklonte Kind und die Dinos, zusammenzubringen. Denn die Dinosaurier sind nicht einfach gefährliche Urviecher. Sie symbolisieren ja vielmehr eine gefährliche Fortschrittsideologie. Wenn wir heute von den Verheißungen der Gentechnik hören, die Kinder werden gesund auf die Welt kommen, Krankheiten werden ausgemerzt werden und so weiter, sollten wir uns immer die Dinos aus Jurassic World 2 vor Augen halten. Sie sind die andere Seite derselben Medaille. Es ist, wie so oft in Hollywoodfilmen, der Bösewicht, Mills, der die Wahrheit ganz offen ausspricht. Er will mit den Dinos einfach nur Geschäfte machen, während sich das Team um den von Chris Fred gespielten Owen Grady scheinheiligen Schadensbegrenzungen hingibt. Sie wollen irgendwie die Dinos retten. Das Team will im Auftrag des alten Forschers Lockwood die Dinosaurier auf eine künstlich erschaffene Insel bringen, um ihnen so ein Paradies zu schaffen. Mills macht ihnen in einer Szene klar, wie verlogen das eigentlich ist. Sie haben doch selbst diese Dinos erschaffen einst, um Geld damit zu verdienen. Es sollte ja eine große Attraktion werden. Und sie selbst haben ja die Büchse der Pandora geöffnet. In der Rettungsaktion zeigt sich die gesamte Idiotie des Unterfangens. Wir befinden uns heute im Anthropozän. Das heißt, der Mensch kann den Verlauf der Natur entscheidend verändern. Er schafft eine künstliche Natur, künstliche Dinosaurier, künstliche Inseln. Während in der alten Heimat der Dinosaurier ein Vulkan ausbricht, erschafft der Mensch ein künstliches Naturparadies und will so künstlich geschaffene Geschöpfe retten, sie in einen Naturzustand zurückführen, den es eigentlich gar nicht gibt. Gerade wird sehr heiß darüber diskutiert, wie man den Klimawandel aufhalten kann. Geoengineering ist da das Schlagwort. So versucht zum Beispiel China bald, Berge zu sprengen, um warme Luftströme umzuleiten, um so den Klimawandel aufzuhalten. Ein Film wie Geostorm hat ein solches Projekt ja schon angesprochen. Also dieses Geoengineering ist auch längst in Hollywood angekommen und wir finden es in gewisser Weise auch in Jurassic World Teil 2 wieder. Bemerkenswert an Jurassic World 2 ist aber auch, dass wir uns nicht auf die eine oder andere Seite schlagen können. Manchmal hat man Mitleid mit den Dinos, manchmal eben aber auch nicht, weil wir ganz klar sehen, wie gefährlich diese Tiere sind. Und aus dem Dilemma mit dem geklonten Kind kann der Film sich auch gar nicht befreien. Krampfhaft werden am Ende dann doch einige Spielberg-Momente präsentiert. Große, traurige Kinderaugen und ein Vater-Mutter-Kind-Idyll wird auch noch kreiert. Das B-Movie will dann ein Familienfilm werden, aber das kann nicht gelingen, gerade weil der Film das Kind sagen lässt, dass es wie die Dinos ist. Hollywoods Familienkitsch funktioniert nicht mehr, weil wir des Monströsen ansichtig wurden. Wir schauen nicht länger, sondern wir sehen. Vielen Dank. Vielen Dank.